Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Part 2 mit dem Chris Bro. Moin Moin und dem Bob. Wir haben hier eine ganz schöne Sauerei letztes Mal angerichtet. Ja, das stimmt. Wir haben uns das Haus hier mal ein bisschen genauer angeguckt. Wir sind gerade auf der Suche anscheinend nach Lea und Lea hält sich anscheinend im TV-Sender auf, das haben wir erfahren. Wir wurden nett befreit, das war wichtig, und haben uns letztes Mal quasi rausgekämpft und wenn wir es schaffen, kämpfen wir uns heute wieder rein. Ja, richtig. Ich würde sagen, wir bleiben drin. Wir bleiben drin und dran und überhaupt. Guck mal, die haben Föhn. Ja, die haben Föhn, Chris Bro. So sieht der aus. Den kann man mal im Haushalt haben. Ja, ich hatte auch mal einen. Der ist dann auf mysteriöse Art und Weise gekommen. Guck mal, die haben hier Wett gar nicht gemacht am letzten Tag. Ja, das ist ja wohl frech. Aber da liegt ein Zettel. Und hier ist Moin zu. Ja, das ist amerikanisch. Ja, den Zettel, den gucken wir uns mal an. Chevy. Ich wurde gebissen. Tina ist tot. Seit einiger Zeit haben wir uns auf den Patrouillern betrunken. Das war so ein beschissener Posten. Keine Infizierten, keines Gas. Die hinterste Pampa. Ihr Bruder brennt heimlich Schnaps, also haben wir getrunken und geredet. Das lief monatelang so. Wir torkelten gerade durch den Lebensmittelladen, als uns diese Runner überrascht haben. Ihr Bruder soll wissen, dass es mir leid tut. Ich habe versucht, sie zu retten, sagt meiner Mutter, dass ich sie liebe. Chevy. Das ist ganz schön heavy. Ich dachte erst, es hat ein Kind geschrieben. Aber gut, er war wahrscheinlich kurz vor dem Krepieren und hatte deswegen nicht mehr so eine gute Schrift. Ja, oder er hat die halt getötet und dann war er vielleicht ein bisschen... Zitterig, meinst du? Könnte sein. Ja, der Basie kann das nicht. Kann er vielleicht schon. Aber der hat nicht viele Schläge, Chris Bro. Doch. Viermal, dann ist es vorbei. Ja, reicht doch. Okay. Aber ich möchte, dass du dabei auch schreist, Homerun. Ja. Okay, ich versuche es einzubauen. Taschenlampe leuchtet, alles ist gut, wie immer. Ja, es ist alles, wir sehen alles. Und wir hören auch alles. Immer und überall. Ja gut, aber guck mal, hier noch eine Drille. Mensch. Waren wir da schon drin? Nee, ne? Nee, die drei, da würde ich wohnen. Da würde ich auch wohnen. Schöne Hausnummer. Also, habe ich jetzt leider nicht, aber... Hm, ob dich oben wieder ein Zombie überrascht? Das wäre ja repetitiv. Ah! Meine Cardi. Davon gibt es auch schon viele, ne? Hm. Das ist Kinnack. Oh. Ja. Gerold. Georgina. Ups. Vielleicht auch nicht. Ja. Aber, brillante Anwältin. Ja. Also, vielleicht gefällt es dir dem Gerold. Ja. Könnte sein. Ja. Wer weiß. Ja, hier ist aber nichts drin. Ja, man sucht, wie immer vergib ich die Fernbedienung. Ähm, ich habe das hier noch nicht ausprobiert. Ja, auch da ein paar Schräubchen. Wenn du da an den richtigen Stellschrauben drehst. Ja, dann kommt das Träubchen raus. Ja, ich hoffe, du findest bald mal wieder eine Werkbank. Ja, das wäre auch ein Träumchen. Vielleicht haben die hier oben, wo wir nicht hinkommen, ja... Das ist auch gut verbarrikadiert hier. Man kann es so machen. Vielleicht wohnen sie da oben noch. Hallo? Hallo. Hallo. Schlafen sie? Oh Gott, ich glaube, ich habe im Deutschunterricht mal so ein fürchterliches Buch gelesen. Da haben die auch quasi oben auf dem Dachboden gewohnt. Anderfrand? Nee. Die haben nachher die Treppe oder sowas verbrannt als Kaminholz oder sowas. Okay. Gott, wie hieß das denn? Wenn ihr es wisst, in die Kommentare. Ich fand es fürchterlich langweilig ätzend. Kenn ich nicht. Ich wüsste auch nicht, was ich da suchen soll. Ja. Familie wohnt auf dem Dachboden und verbrennt ihre Treppe. Okay, ich komme mal, was Google dazu sagt. Okay, Google. Alle werden uns jetzt hassen, ne? Das geht jetzt bei denen an. Ja. Alle. Ja. Alle drei. Oh, hier. Welcome. Willen wir den als Orakelpart verkaufen? Vielleicht. Ja. Halloween Festival. Wo sind wir hier überhaupt? Da schauen wir mal in unsere Karte rein. Können wir das noch? Ich wollte in die Karte gucken. Ja, cool. Die Karte gibt es nicht mehr. Warum auch immer. Ja, die hat ausgedient. Ja, anscheinend. Wir wissen, wo der TV-Sender ist und gut ist. Guck mal hier, wie ein Grill. Hä? Hier geht es auch nicht rein. Vielleicht ja hier. Nein, auch nicht. Das Geheimnis vom Dachboden. Aber das ist ein Kinderbuch. Ja, ich helfe dir. Wenn du es in der Schule gelesen hast, dann kann das ja auch sein. Nee. Nee, nee. Gott, wie hieß das denn? Ich glaube, ich finde es nicht. Ich finde den Weg nicht, Bob. Okay, dann helfe ich dir. Ich bin gut im Weg finden. Das ist eine Lüge. Wo ist denn der Fernsehturm? Ja, weiß ich nicht. Ach so. Aber warst du in dem Haus da rechts schon drin? Ah, hier ist das Poolhaus. Und warst du da schon drin? Ich glaube, das ist dieser Durchgang hier, oder? Ach so. Stimmt. Und hier ist das mit der Blutspur. Okay. Und bist du da runter schon mal gelaufen? Dann, ach nee. Ich glaube, da unten waren wir noch nicht. Hier ist doch das Capital Inn. Das war auch ein Dings. Stimmt. Ja, das ist echt die Frage. Vielleicht sind sie dumm. Davon sollte man meistens ausgehen. Ach so. Vielleicht waren die nur nicht die, nach denen sie gesucht haben. Also haben sie euch gehen lassen. Sie haben uns ganz schön verprügelt. Ja, aber wer denn sonst? Ja, aber warum haben sie es nicht zu Ende? Ist doch egal. Wir haben es verkackt. Stimmt wohl. Nee, die sind halt auch nicht ganz gewissenlos. Die töten nicht alles. Das ist erst ab jetzt so. Aber warum haben sie denn Joel? Ja, da... Lea. 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 War sie die... War sie die mit dem Zopf? Nein. Nein. Ich erinnere mich nur noch, wie sie um dieses... ...sadistische Arschloch heute, als ich ihn aufgeschlitzt habe. Also, was hast du mit ihr vor? Herausfinden, was sie weiß? Herausfinden, wo die anderen sind? Dann weitersehen. Okay, dann war sie auch da. Du hast ja da einen abgeschlitzt. Ja. Aber das hätte ich zum Beispiel nicht gewusst, dass Lea da war. Nee, das hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt. Soll ja auch eine gute Sängerin sein. Ja, hab ich auch gehört. Vor allem im Treppenhaus. Aber nicht die Ansatz Null wieder wählen, ne? Nicht schlecht, Chris. Mhm. Finde ich aber nicht okay. Er hat mir nicht viel gesagt. Aber für dich, Bob, ne? Da würdest du ja auch sieben Stunden fahren. Ach, gut zu wissen. Ja, nun. Aber irgendwo... Ah, oh, hier steht was. Aber das denke ich auch immer, wenn wir uns sehen. Sie, Ertl tauschen einschleiften Machthaber gegen den Nächsten. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wenigstens ein paar Jahre. Wir haben das bestimmt aufgehängt, gleich als es mit dem Militärwerk abging. Aber Bob, alle meine Freunde, ne? Ja. Die finden, dass ich leiser bin. Seit wann? Das halte ich bald hier. Ach so. Sorry. Aber das ist es halt auch, ne? Irgendein Scheiß ist halt immer. Wenn es die einen nicht sind, sind es die anderen. Es bilden sich immer solche Gruppen. Ist richtig, ja. Das wird wahrscheinlich auch immer so passieren. Das liegt ja auch irgendwo in der Natur des Menschen. Oh, hier kommen wir rein. Sicher? Oder auch nicht. Durch Fenster? Ah, diesmal nicht. Diesmal nicht. Aber hier sind es... Oh, schönes Ferienappartement, ne? Oh, weiß ich jetzt nicht. Das sind ja diese typischen... Oh, da waren ja noch Pille. So in so Filmen oder Serien aus den USA sind das immer so diese typischen Dinger, wo die Väter hinziehen, wenn sie sich von der Frau getrennt haben. Ganz recht. Und dann kommen die Kinder zu Besuch und alles ist traurig. Ja, ich mag diesen Film. Können wir den gucken? Christopher, du streunerst gerade so ein bisschen orientierungslos. Kann das sein? Ja, hier wollte ich rein. Jetzt bist du in der Drei. Eben. Uh, hat sich gelohnt. Hat es sich wirklich gelohnt, Chris Bro? Doch. Und Schnaps. Bitte lass den Fernseher in Ruhe. Da war was. Aha. Eine Sammelkorde. Das hat sich ja mal sowas von... Rockefeller. Uh. Uh, der Chris Bro. Na. Ja, okay. Von der Kraft auf alle Fälle, aber... Die Krönung des Schaffens. Ah, wieder ein guter, neutraler Held. Ja. Gut der Mann. Gut der Mann. Können wir das hier aufmachen? Damit du weglaufen kannst, wenn was passiert. Richtig. Warst du oben schon? Ja, aber da bin ich irgendwie nicht so weit gekommen. Da kommst du aber rein. Hier würde ich jetzt gerne mal rein, ja. Geht das von da aus? Nee. Nee. Aber ich kann da auch nicht rüberhüpfen. Das ist zu weit. Aber der Wagen. Ah. Der Rolli. Versuch, ihn vom Bordstein zu schieben. Und was willst du jetzt damit tun? Ich bin gleich zurück. Ich halte Wache. Okay. Ich halte Wache? Chris Bro. Bob. Das klingt nicht gut. Das stimmt. Ich habe Filme gesehen. Welche Filme meinst du jetzt? Mit Vätern. Und dann kommen die Kinder vorbei und alles ist traurig. Die, die habe ich auch gesehen. Und niemand hält Wache. Ja. Ja. Was machst du denn? Verdammt. Wer ist da oben? Ah. Bamba? Eine Mausefalle. Endlich Sprengfallen, Chris Bro. Unser alter Freund, die Sprengfalle ist wieder da. Die kennen wir noch. Gegen Blotar eine echt gute Sache. Das ist richtig. Bau uns doch mal eine. Das könnten wir mal machen. Wir haben ja noch ganz gut Vorrede. Und noch eine. Vorbüte ich. Ja, nice. Also echt. Diesmal findest du gut Sachen, Chris Bro. Das stimmt. Also wir sind gute Sucher diesmal. Wie Harry Potter. Du hast ihn ganz schön genatzt, äh, geschnatzt, äh. Ja. Ha. Mensch. Der goldene Nutz. Der kennt ihn nicht. Die zu treffen war nicht leicht. Das ist richtig. Ja, nun. Das Bügeleisen steht auch bereit. Das Bügelbrett steht auch bereit. Ja, dann bügel doch mal dein erstes Part. Ja, dann bügel ich mal ein bisschen. Erstmal noch ein paar Tabletten hier einsammeln. Geht immer. Ein paar E-Boos. Läuft. Aber ansonsten, würde ich sagen, haben wir hier jetzt nicht mehr so viel zu sehen. Okay. Und können wir halt das machen? Ja, endlich. Ja. Sollen wir jetzt einfach wieder hier runter, oder? So. Ja, die Sprengfalle. Also das war gut. Ja, definitiv. Also es sah ja optional aus. Und dafür war es echt gut, Chris Bro. War gut. Können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ist nichts Verkehrtes. Kann man nichts gegen saugen. Können wir das Ding jetzt eigentlich noch nehmen und hier irgendwo sinnvoll da hinten vielleicht einfach hinstehen? Um da rüber zu springen. Ja. Können klappen. Haben wir schon ein paar Mal gemacht, ne? Dann geht's da ja vielleicht weiter. Ich kann die Gebäude immer noch sehen. Jawollo. Okay, also grob willst du ja in die Richtung. Mhm. Aber was ist rechts? Das ist der Klassiker in jedem Spiel. Gucken wir mal. Finde ich gut. Bisher noch nicht so viel. Da kommen wir auch nicht rein. Aber hier geht's hoch. Und vielleicht hier drunter ist hier vielleicht auch noch was. Wo sind die über uns? Nee, da hinten irgendwo. Joa, da hinten. Die hat ein Rohr in der Hand. Ich nenn ihn Karl das Rohr. Ja, nü. Aber hier ist hohes Gras. Wenn wir uns hinlegen. Und wer ist denn dieses Gars? Dieses Gars finde ich aber langsam wirklich ein bisschen beunruhigend, muss ich sagen. Ich glaube, sie töteten Mufasa. Da draußen sind sie noch. Wir verstecken uns hier gerade mal in dieser Wäscherei war es hier, glaube ich. Da draußen ist der Kuli. Da kenne ich mich nicht mit aus, Chris, bro. Mit Wäschereien? Ja. Das war dumm, Son. Ihm? Ihr? Ich glaube, er könnte es gesehen haben. Dein Herz. Nur, Chris, bro. Was war das denn für ein Grill? Dein Herz. Ja, die haben wir irgendwie nicht gesehen. Die kam aus dem Nichts. Er liebt noch was. Alter, der kam aus dem Nichts. Auto-Aim hat versorgt. Ja nun, da haben wir vielleicht mal jemanden übersehen. Oder zwei oder drei oder vier. Gut. Shit. Erkennst du einen von denen? Nein. Nein, das waren die unnötiger Frickle 1 bis 19. Ja. Aber das ist dann ja so... Oh, ne Schere. Ähm, bisher würde ich auch sagen, ähm... Ja, klar, sie töten viele Leute, aber weil sie sie natürlich... Alter, ich weiß, was hier gegen gespritzt ist, ey. Weil die natürlich auch... Hat aber was. Ja, Kunst. Ähm. Sie töten ja jetzt nicht wahllos. Ja, guck mal, hier ist so eine Bügelstation. Sieht aus wie unopetisch. Okay. Das ist eine Bügelstation, Bob. Ja, hab ich nicht zu Hause, sorry. Ja, ich auch nicht, aber Bügelbrett... Hab ich auch nicht zu Hause. Bügelst du deine Hemden? Okay. Wir haben einen Steamer. Das ist viel besser. Ersthaft? Ja, pass auf, du hast einen Kleiderbügel. Ja, und dann macht man das da so vor. Hängst du das quasi irgendwo ran. Aber das funktioniert doch nicht. Und dann machst du so. Perfekt. Fertig. Ist nicht ganz wie gebügelt, aber vollkommen ausreichend. Okay. Nicht schlecht. Und viel angenehmer in der Handhabung. Ja gut, geht halt schneller auch einfach, ne? Ja. Seitdem stehe mich sogar meine Unterhose ein. Alles klar. Dinge, die ihr über Bob immer schon mal wissen wolltet. Da geht's zurück. Hier sind wir rübergekommen. Ja, genau. Und dann laufen wir jetzt einfach mal in die Richtung. Also rechts die Häuser hast du durch? Ich glaube ja. Bist du hier schon rein? Ich glaube, da konnten wir nicht rein. Das war das, wo wir eben unten längst gelaufen sind. Ja, von da kamen wir eben, ja. Da könntest du rüberklettern, aber es bringt nichts, ne? Nee, nee. Das war ja die Wäscherei. Ja gut, dann... Da ist, glaube ich, nicht weiter, dann würde ich sagen... Ja, da leuchtet es quasi schon. Ja, aber irgendwie weiß ich auch nicht, was da geleuchtet hat. Aber hier können wir mal rein zu Nancy's. Nancy, was hast du denn Schönes für uns? Nick, 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 Nick. Grüße gehen raus an den Bild. Nick, Nick. Hier irgendwas? Nur Halloween. Okay. Oh, das erinnert mich ja ein bisschen... Sieht ein bisschen aus wie dein Rewe, komplett leergekauft. Das ist richtig. Ja, vor allem, das erinnert mich an den DLC, ne? Aber stark, ja. Ich glaube, das ist schon ein bisschen daran angelehnt. Ja, könnte. Also sie könnte jetzt... Weil der auch Masken hängt und so... Eine Geschichte erzählen dazu. Wo ist dieser geile... Ich finde nochmal die Witze... Nee, was war dieser geile Schädel? Ja. Christopher, frag nochmal den Schädel, bitte. Die Wahrheit Schädel. Christopher, frag bitte nochmal den Schädel. Und nochmal den Schädel fragen. Was würde ich tun? Wie immer, Muni oder der Theke. Klassiker. Ja, aber irgendwie... War Nancy's weniger beeindruckend, als ich dachte. Was haben wir hier? Daydream? Nee, das war die... Das ist der Tagträumer. Drycleaners. Das war ja die Dings... Trockencleaner. Ja, dann wahrscheinlich hier lang, ne? Richtung City. Aber das sieht mir schon wieder nach sehr hohem Gras aus, wenn du weißt, was ich meine. Heino. Heino? Wo seid ihr? Heino. 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 Ja gut, aber wo die Leute sind? Und ob wir sie finden? Oder ob in der Tankstelle einfach eine Party stattfindet? Und was Heino damit zu tun hat? Das werden wir im nächsten Part erfahren. Wenn ihr auch wieder dabei seid und den Daumen drückt. Insofern, bis dann. Macht's gut, Leute. Haben wir euch ganz doll. Gern. Tschüss. Tschau. Tschüss. 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 Tschüss.